An dieser Highschool im Osten Denvers werden die Schüler auf Schritt und Tritt überwacht. Rund 50 Kameras sind in und um die Schule herum installiert. Die Bilder laufen in diesem Überwachungszentrum zusammen. Kontrolliert wird hier auch die Columbine Schule, in der es 1999 einen Amoklauf mit 15 Toten gab. Neben der Kameraüberwachung dreht ständig auch die Polizei an den Schulen ihre Runden. Hier in Lakewood müssen die Schüler außerdem Ausweise bei sich tragen. Die Sicherheitsvorkehrungen wurden als Reaktion auf das Columbine-Massaker eingeführt. Nach dem Amoklauf von Newtown Mitte Dezember wird nun über neue Maßnahmen diskutiert. Einige wollen die Lehrer mit Waffen ausstatten, wie dieser republikanische Senator aus Colorado. Waffenfreie Zonen, das funktioniert doch nicht. Derzeit ist es doch so, dass wir böse Menschen förmlich anlocken, weil sie wissen, dass sie hier hereinmarschieren können und dass sich ihnen niemand entgegenstellt. Andere sind strikt gegen die Bewaffnung von Lehrern. Ich will doch keinen meiner Deputies entlassen, weil er in einer Schule auf einen Lehrer geschossen hat, der eine Waffe in der Hand hatte. Seit dem Amoklauf von Newtown sind Kundgebungen auch in Colorado an der Tagesordnung. Der Tenor ist eindeutig. Keine Verschärfung der Waffengesetze. Schließlich beharrt in Colorado mehr als die Hälfte der Bürger auf ihrem Recht, eine Waffe zu tragen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017